Nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen im Norden Italiens hat EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen die betroffenen Gebiete besucht. Zusammen mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni flog sie in einem Hubschrauber über die Region Emilia-Romania, wo die Unwetter immense Schäden verursacht und 15 Menschen das Leben gekostet haben. Die Regierung in Rom hat bereits 2 Milliarden Euro Soforthilfe für die Region bereitgestellt. Von der Leyen sicherte Italien die Solidarität der EU zu. Die Rede war aber auch von finanzieller Unterstützung aus dem EU-Solidaritätsfonds und dem Kohäsionfonds. L'Italia ha bisogno degli aiuti economici dell'Unione Europea. Infatti la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha confermato che l'Unione resterà a fianco dell'Italia durante l'emergenza. Però è anche vero che dal momento che i venti climatici di questa natura stanno diventando sempre più frequenti in Europa, l'Unione dovrà attrezzarsi per poterli gestire non soltanto in Italia ma anche in altre parti del continente. Giorgia Orlandi, Euronews, Bologna.